Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Corona-Pandemie ist folgend schwer und stellt uns vor große Herausforderungen. Wir können die Krise bewältigen, doch dazu ist es wichtig, die Vorgaben der Landesregierung und die Umsetzung der Städte und Kommunen zu akzeptieren. Bleiben Sie möglichst zu Hause und vermeiden Sie die Gefahr von Ansteckungen. Es geht ausnahmslos darum, Leben zu retten. Jeder von uns ist aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen. Viele von Ihnen leisten in der Krise Beachtliches. Ich möchte mich bei allen bedanken, die unermüdlich dazu beitragen, unser tägliches Leben aufrechtzuerhalten. Vor allen Dingen bei den Menschen, die in unserem Gesundheitssystem arbeiten. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie Hilfe oder einen Rat benötigen. Wenn wir zusammenstehen, uns gegenseitig helfen und unterstützen, werden wir gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Das ist meine Überzeugung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Und das ist meine Überzeugung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.